hallo und herzlich willkommen zu der final station ja gleiche prinzip wie immer keine ahnung und ich würde sagen wir schauen einfach mal rein muss wo irgendwas mit einem zug sein die standardsteuerung ok wirklich bis hier oben sehr interessant ich muss mir unbedingt die tasten angucken das war so geplant also mal gucken melee hit feuer action reloads und f ist auch action med kit ist ein side scroller so viel ist schon mal klar und ein schöner noch dazu aged and all must attend an your second visitation to the local response center next drill is scheduled for friday administration of arm and white ok jetzt vom audible von bomb copa hallo hier early today he is not here today he disappeared somewhere all i know he had to come here and work his hours ach du armer und wir gehen einfach mal weiter wanted for guardian construction engineers mechanics and builders are wanted 10 years minimal experience required metro pool lower sector accommodation meals double pensions are provided ad does not apply to settlers families oh oh hello vacation is over i see boss isn't here today so there is no need to hurry ok nimm jetzt erstmal das zöl gewalt drupfen die dusche schrauben drags und das war wahrscheinlich mein spinn ja oh oh guess i have locked the door by accident it didn't peak at all are you sure this is a good idea he's not the best trained operator what if something goes wrong calm down i'll keep an eye out on him james this is a very important trend i know mill upper house the poor anderson head of birdford station blocker code confirmation 6279 what was on es wird da bestimmt irgendwo niedergeschrieben hello why you were away they haven't said new blockers boss left us the code in his office type in it's into the panel by the train i will fill you as we travel warum ist er jetzt einfach verschwunden schöner Zug Zug fahren ich fahrt von allein ok ach ich kann ja just set it up warum komme ich nur bis warum komme ich nur so weit ein bisschen nicht falsch nicht falsch nicht falsch nicht falsch die sind bei externen Resolver Benzsystem ist alles anscheinend gut ich komme hier halt aber nicht weiter nach rechts das ist irgendwie komisch angekommen wirkt auf jeden Fall sehr interessant Zombies und Zugfahren und You are late There is no express train today We will have to take this flag of the train um Kann ich eigentlich auch Fire reload Das Melee Use Medkit Action Switch Weapons Panel scroll Okay Hello How is your vacation I see I don't have to blog about the boss He is out for lunch You can wait here or look for him in the city He shows close by I am off today the new Casher is off We will get rid of him and find a new one We will get rid of him There is no need to be able to get rid of him There is no need to be able to get rid of him Das war das Einzige. Yes. Sorry, tut mir leid, ich spüche noch reden wollte. Ja, da komme ich nicht rein, da komme ich auch nicht höher, dann lassen wir das erst mal so. Erstmal Whisky gefunden. Ich habe hier von Morgenstern, da finden die 2 screws unscrewed. Alles klar, jetzt haben wir diesen, ich würde einfach mal sagen Shortcut freigemacht. Ob es nun wirklich einer ist, keine Ahnung. Das ist eine ziemlich ruhige, entspannte, wie soll ich sagen, Ambiente. Ah, das ist doch Boss. Boah, da droht er mir. So, jetzt muss ich zum Locker zurück vom Chef. Ne, ich wollte nicht hoch. Das ist nämlich noch nicht das Richtige. Hier ist das Richtige. 2, 3, 6, 4. Beelus 0, 7. Beelus 0, 7. Beelus 0, 8. Ich weiß so um die Patienten, äh, die Typen hier kümmern. Ich habe noch einmal Food. Zentralstation Kesskas, Nimlord, Redmond. Oh, schönes Wetter hier. Also bisher ist ja noch, außer am Anfang, nicht viel passiert, muss ich ja mal so sagen. Oh, schönes Wetter. Oh, schönes Wetter. Oh, schneller. Oh, schönes Wetter. Hm. Ich habe ein bisschen Money gekauft. Äh, bisschen Futter gekauft, so. All Destinations, Ticket Office closed. Okay. Wird irgendwie ziemlich bedrückend hier. So, erstmal gehen wir hoch. Soap Coins. Soap eher gesagt. Okay. Okay, die Rate, oder die Rate zumindest tut mir nichts. Cross Base mit dem Verletzten. Okay. Soap. 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 Auf League zu dem Verletzten. Soap. Okay. Alles klar. Irgendwie hat das Spiel so seinen ganz eigenen gewissen Charme. Spielerisch positiv. Irgendwie... Komisch. Ich muss jetzt bestimmt wieder zurück zum Dude. Gucken, ob ich jetzt noch mal hier vorbeigehen kann. Dem kann ich nicht mehr reden. Mit dem kann ich auch nicht reden. Okay. Gehen wir mal zurück zu dem Dude. Jetzt dürfte da kurz sein. So. Wird wieder zurückgefahren. So. Aber es ist nie verstanden. So. Online Peter Wright. Operator. So. 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 Sieht das sehr düster hier aus, sehr base. Act complete. Hm, da gab es erstmal ein bisschen Kohle, sehr schön. Ja, die ist vor uns nicht bloß. Guck mal da einfach mal was die wollen. Hard, Influence of Limits. Let me enter. It's in the place, I don't know what it is. What is that? Nothing we can do to help them. Sieht ja alles andere, alles gut hier aus. Da waren wir leider ganz gut übersehen. Okay. I've been sealed. Not just as much. It's back. Okay. Nothing to tell you. Here he is. He will be here in 30 minutes. This thing you say. Here he is. It's the most I need to enter the world mountain. Ugh. Okay. Also, ich muss was ganz Wichtiges abliefern. Mal schauen, was. Er muss überhaupt zu sehen bekommen. Finally. They're close. Da ist die, äh, nicht mal ganz zu prolle aus. Gut. Leute, sie sind hier. Ich hätte gerne eine Waffe. Ich glaube, Fern- oder Nahkampf. 9, 7, 6, 4. Das Cargo. Dort ist unser Cargo schon drauf. Ich denke, ein Glintstück machen wir noch. Fünf Minuten können wir noch machen. Nein. Jetzt muss ich das auch noch ausgleichen, ey. Okay. James Offline. Ähm. 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 Meine Dudes sind tot. Und ich habe nicht mitgekriegt, was mit den Dudes passiert ist. Ich bin doch nur ein kleiner Zugführer. Ist mir absolut gar nicht aufgefallen, dass da was mit ihm passiert ist. Na. Ich denke, ja. Muss ich mal in der Aufnahme gucken, was da mit ihm passiert ist. Ob die einfach verschwunden sind oder ob die irgendwie weggemauschelt wurden oder so. Nichts mitbekommen. Und jetzt habe ich unten schon ein Interface. Ähm. 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 Okay. Boom, boom. Mal hier. Alter Falter. Achso, hier ist eine Blockade. Da hätten wir einen Code. Heavy. Achso. 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 ich lasse es hier bei dem punkt erst mal so stehen ist ein geiles spiel wirkt sehr interessant von der macher und sowas survival besides scrolling wems gefällt und sehen uns beim nächsten video wieder also von daher machts guti und haut rein tschüss